Ja, salut YouTube und herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten normalen Adventskalender-Türchen hier am 20. Dezember 2012. Wieso das wahrscheinlich vorher das letzte normale, weil morgen nochmal WWE kommen wird. Am Samstag vielleicht auch nochmal so eins, also ein normales anderes Commentary, aber das ist halt wie gesagt noch offen, eins von beiden dann. Und dann am Sonntag kommt das Triple Commentary und dann am Montag kommt noch das Weihnachts-Special und dann sind wir im Adventskalender auch schon durch. Und ich denke, es hat eigentlich gut geklappt und ja. Genau, was ist mein Thema? Nochmal kurz hier zum Abhaken. Ähm, 2012, wie geht es da mit mir weiter? So habe ich jetzt einen guten Plan aufgestellt, den ich hoffentlich so durchziehen kann. Und zwar wird in der Woche ein- bis zweimal 2013 WWE 13 kommen. Einmal FIFA 13 und zu 95% auch einmal COD. Sprich, die Woche ist dann mit vier Videos vollgepackt. Einmal COD, einmal FIFA und zweimal WWE. Es könnte auch gut mal sein in einer entspannenderen Woche, wo schulisch nicht so hart zugeht, dass da auch mal drei WWE Videos kommen. Aber, also das so ist der Plan und der steht jetzt auch erstmal so für 2013 und so geht es auch weiter im nächsten Jahr. Wo ich mich auch sehr darauf freue, denn 2013 wird hoffentlich ein ebenso gutes Jahr wie 2012. Das wäre natürlich sehr schön. Aber, naja, jetzt schauen wir dann erstmal weiter. Und, ja, also WWE, ähm, geht ganz normal weiter mit den, ähm, Pay-Per-Views mit dem Devil Eye. Und, ja, genau, Resident Evil geht auch ganz normal weiter beim Deck-Q-T nächstes Jahr. Und, ja, COD wird dann ganz normal alleine gespielt. Wahrscheinlich die meisten, wenn er spielt von mir sein, es werden auch sicher so eine Art Gast-Gameplays sein, wie hier mit's Adventskalender. Vom Pure Predator meistens, auch von anderen sicher wird da vielleicht was dabei sein. Und FIFA ist dann die Bier-Pro-Kampagne mit den Highlights, wie es der Devil Eye immer gemacht hat und auch ab und zu jetzt macht bei seinem FIFA-Projekt. Ähm, so wird es bei mir bei dieser Bier-Pro-Kampagne auch ablaufen. Und, ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hab noch nie FIFA gemacht. Aber ich denke, das wird auch eine coole Sache und, ja, darauf könnt ihr auch auf jeden Fall freuen. Das heißt, wie, jetzt geht's eigentlich gut weiter, weil vier Videos in der Woche ist schon einiges. Aber ich denke, das ist machbar. Letztes Jahr waren es immer zwei bis drei. Das möchte ich schon mal, wenn mein Zuschauer-Kreis ja gestiegen ist, möchte ich selbstverständlich auch mehr bieten. Und deswegen finde ich eigentlich drei Videos, äh, also eher vier bis fünf Videos schon okay, weil da finde ich dann drei oder zwei schon fast ein bisschen wenig. Und, ja, wie gesagt, ich denke, morgen kommt sicher WWE. Am Samstag könnte es gut sein, dass es nochmal kurz kommt. Und, ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich schon wieder und sage dann bis zum Später des 23. Bis dahin. Ciao.